Hey, kleines Mädchen, wo gehst du denn so allein hin? Zum Spielplatz. Aber kennst du denn den Weg überhaupt? Klar! Hallo, hallo, wer bist du? Das sage ich dir nicht. Du bist ein Fremder. Ich kenne dich nicht. Ach komm, du kennst mich doch. Ich bin der Nachbar von Rüben. Was spielst du denn da, Greta? Ich spiele, dass es Mädchen nicht mit fremden Mann reden darf. Das habe ich heute im Kindergarten gelernt. Oh, da habt ihr aber was sehr Wichtiges gelernt. Wieso darf man denn nicht mit Fremden reden? Nicht reden und vor allem niemals mit Fremden mitgehen. Wieso nicht, Mama? Leider gibt es auf dieser Welt nicht nur nette Menschen, sondern auch böse. Und bei einem fremden Menschen, den du nicht kennst, weißt du nicht, ob er nett ist oder nicht. Manche tun nur so, als ob sie nett sind und hinterher sind sie auf einmal böse. Es gibt welche, die den Kindern Süßigkeiten oder Spielzeug anbieten, damit sie mitgehen. Das darfst du niemals tun. Hast du das verstanden, Greta? Ja, habe ich verstanden, Mama. Das mache ich nicht. Wenn sowas mal passiert, dann musst du ganz laut Nein schreien und am besten weglaufen oder Hilfe rufen. Und wenn du was Süßes willst, dann kommst du zu mir und fragst mich. Ist gut, Mama. Tschüss, Mama. Wir gehen jetzt. Tschüss, ihr zwei. Ich will auch mit. Du kannst doch noch nicht Skateboard fahren. Na, dann nehme ich mal einen Roller mit und fahre da rum. Bitte, Anna. Na gut, aber nur für eine Stunde. Okay. Können wir dann noch zum Spielplatz? Mal schauen. Erstmal wollen wir Skateboard fahren. Anna, pass aber auf Greta auf, ja? Mach ich. Bin schon groß. Anna muss nicht auf mich aufpassen. Doch, Greta, das muss sie. So groß bist du noch nicht. Und hör auf deine Schwester, sonst darfst du erst gar nicht mitgehen. Ja, ist gut. Toll, Jonas. Das war cool. Jetzt komme ich. Los, trau dich. Das macht voll Spaß. Los, gleich nochmal. Ja, los. Kommen wir jetzt zum Spielplatz. Gleich, Greta. Kannst du denn ein Olli machen, Jonas? Na ja, nicht so gut. Manchmal klappt es, aber nicht immer. Zeig doch mal. Okay, ich versuch's. Können wir jetzt zum Spielplatz? Cool, Jonas. Noch nicht, Greta. Komm jetzt endlich zum Spielplatz? Mir ist langweilig. Ja doch, Greta. Sofort. Oh Mann, dann gehe ich halt alleine zum Spielplatz. Ich kenne den Weg. Grün, grün, grün ist alles, was ich mag. Darum lieb ich alles, was so grün ist, weil mein Schatz... Hey, kleines Mädchen. Wo gehst du denn so allein hin? Zum Spielplatz. Aber kennst du denn den Weg überhaupt? Klar. Soll ich dich nicht zum Spielplatz mit meinem Auto bringen? Nein! Meine Mama sagt, ich darf nicht mit Fremden reden. Und ich kenne sie nicht. Oh Mist, Jonas. Greta ist weggelaufen. Sie ist bestimmt zum Spielplatz. Ja, bestimmt. Lass uns schnell hinfahren. Ja, komm. Ich kann dir auch was Süßes geben. Nein! Das will ich nicht. Meine Mama gibt mir Süßigkeiten. Lassen Sie mich in Ruhe. Anna! Anna! Greta, was ist los? Warum bist du einfach so weggelaufen? Wir haben uns große Sorgen gemacht. Da war ein Mann. Er wollte, dass ich in sein Auto steige. Was, Greta? Aber ich hab's nicht gemacht. Ich hab Danks laut Nein geschrien. Das hast du gut gemacht. Wo ist der Mann jetzt? Das weiß ich nicht. Eben stand er da noch. Jetzt scheint er weg zu sein. Lass uns jetzt nach Hause gehen und Mama davon erzählen. Dann hab ich Danks laut Nein geschrien und bin weggelaufen. Und dann kommen Anna und Jonas schon. Och, Greta, nicht auszudenken, was hätte passieren können. Aber du hast es sehr gut gemacht. Du hast genau richtig reagiert, Greta. Ich bin sehr stolz auf dich. Lieber Kinder, tut mir einen Gefallen. Geht niemals mit fremden Leuten mit. Eure Greta. Mit Bello. Und dann geht's los.